Boah, die haben mit diesen Elefant-Dings. Lass uns unserem Bruder Ivo in Ruhe hellen. So, okay. Sehst du dir her gar nicht? Ich kann dir nicht, guck mal. Du bist meine Schwester, du hast einen nur. Ich seh dich wie mein Sohn, wie meine Tochter. Sohn? Nein! Alle Wallah, die hat uns gefickt mit diesem Geschenk. Ich lacht, jawollah süß. Inshallah, meine Tochter ist auch so hübsch wie du. Dankeschön. Super. Also für Kinder, ich hab. Wie viel du? 37. Ja, mach Schurter. Drei Sohne und eine Tochter. Wie? Du hast einen Sohn und eine Tochter. Aber ab heute bist du auch meine Tochter. Danke. Danke. Ich küss dein Herz, mein Bruder. Ache, du gehörst auch heute zur Familie. Ey, Wallah. Dankeschön. Wenn jemand dich ärgert, rufst du mich an. Ache. Ja, bitte. Es hat uns gefreut. Ja, ich geh jetzt sowieso offline bis zum Ciao. Ich wollte hier. Ich wollte hier auch immer öfter live. Wenn du möchtest. Tschüss. Tschüss. Salam Aleikum. Ach, Iboach. Bist du mit Hassan gut? Boah, ich guck gerade. Mit wem? Hassan Mehri. Ich kenn den nicht. Also aus dem Ausdienst. Aus Hannover. Kenn ich nicht. Ausgern. Wann hast du was versehen? Ach, das wollte ich schon sagen. Was war das? Du wirst ja sagen, wie ein Partner noch einfacher ist. Ja, nein. Niemals. Aber Wallah, wie spannend dich auch. Respekt gerne. Wie was? Wie gut, wie nett niemand. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Du bist da, aber für mich bist du nicht da. Obwohl Kurt Ibo für alle da ist. Hast du auf mich geweiht, oder was? Nur. Gib mal eine Nummer von deinem Vater. Ich rufe dir mal, einen Termin zu machen. Wie war's Termin, Ibo? Die hat gesagt, ich muss zu deiner Familie gehen. Okay, ach ja, die war das. Vielleicht will sie gar nicht. Doch. Siehst du, äh, Ina? Na? Bei mir kann man nicht Nein sagen. Was hast du? Was hast du? Einer sagt sich gerade, grüß mal, mein Bruder. Grüß meinen Bruder. Ress. 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 Ja, Mann. Ich bin da. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Das sieht gut aus. Ja, Mann. Ja, Mann. Und kurz leider. Ey, was macht diese Kurde? Macht er noch TikTok? Mit. Mit. Der aus Buchhof. Ach, so? Weiß ich gar nicht. Ich glaub nicht. er geht mit frauen ich wollte gleich schlafen ich schlafen zusammen gleich ich habe meine dicke schon genommen aber die guter mann das ist aber sehr guter mann ich mag den sehr einer der wenigen auf tik tok hast du vergessen du wurde vorhin gesagt dass ich lass alles für dich wenn du sagst stirb ich sterbe aus frankfurt ja die friseurin ja die friseurin hast du vergessen nein die ist brutal gesagt dass du grüßte ihren vater ich will nicht lernen ja man sich zusammen wenn man die musik zusammen ich mit meinen zitaten und du mit der musik okay habe ich kann nicht auf deutsch singen ich stehe auf türkisch ja und du hast schöne stimme hör mal auf damit, du hast meine klinge kaputt gemacht, hör auf damit ja sag mal, sag mal, sag mal, sag mal für uns ein bisschen das ist gefährlich, die kann viele sprachen was arbeitest du? ich habe dir mal gesagt, ich bin einfach menschen nein, nein, was arbeitest du? warte, lass jetzt, lass jetzt, wo ich arbeite, egal, lass, wir sind hier für spaß, oder? ja, meine ich schreitig, weil ich gehe nicht schreitig, okay, was anderes? ey Bruder, die der Maya, ist so eklig, ich mach mich nicht nein, red nicht, egal, wenn du nicht hier drin ist, red nicht Bruder so meine ich nicht, ich habe den letzten Mal beleidigt, ich bin daisin mit den live gar nicht Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. 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 Ich bin froh. Warte, ich bin froh. Nein, ich bin froh. Sei mir herrlich. Ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. 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 Was hast du gesagt? Ich steh auf, mach keinen Tee, mach keinen Chai. Was sagst du mit Ivo im Studio? Haben wir jemanden da aufgenommen? Sag mal! Hallo? Wie denn? Nein, nein, ich bin hier. Nein, nein, Bruder, ich bin grad mit dem live, wir holen den selber ab. Alle machen den Kind nicht. Okay. Hey, jetzt haben wir hier einen Kommentar, nech du hier mit dem Chef. Wir machen ein bisschen Spaß hier, Wallahi, wir haben ein Zitat, irgendwas. Irgendwas macht mich an. Oder wer bist du? Schreib mir, ich wollte dir. Sag mal. Ruf mich mal an. Ivo? Ja? Ich hol dich morgen ab, Studio steht. Wie viel, O? Abends, abends schon. Abends, so. Abends, so. Abends, so. Abends, so. Abends, so. Abends. So. Abends, so ist es, oh. Abends, so. Abends, so. Abends, so. Abends, so abends, aber ich kann nicht, Folgen was singen. paar. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Sie geben uns an! Du Löwe, du, alle Hingfogen, alle Hingfogen Ehre machen! Aber Ibu, kannst du singen überhaupt im Studio? Nein! Egal, wir zaubern trotzdem was! Einziges! Oder nicht mehr! Du kannst Türkisch besser als ich! Ich kann nicht so gut Türkisch, ja! Weißt du was wir machen, Ibu? Ja! Wir machen vor einem guten Song, wir machen ein Zitat von dir. Du sprichst in diesem Mikro ein Zitat. Ja, sowas! Ja! Sowas ist cool! Ich habe einen kurdischen Bruder von mir, der macht Musik! Ja! Wir machen ein Zitat von dir vorher! Ja! Ja, wenn mir passt, ja! Dings! Dings fehlt auch mit mir unbedingt! Wie heißt du aus Berlin? Meine Brüder passen dir nicht, Ibu? Nein, nein, das meine ich nicht! Wenn das Tor fällt, der fällt, meine ich! Wir gucken, wir gucken! Ja, sowieso! Bruder, viele Leute haben mir viele angeschlagen, aber wir reden privat besser! Ja, willst du oder willst du nicht? Das musst du mir sagen! Ich will gucken! Schade! Warte! Ich will erst mal dich kennenlernen, das ist mir wichtiger als du suchst! Ich will erst mal mit dir! Ich will erst mal mit dir! Das ist ja über die nicht da kommen! Du gehst um die Arbeit, wann schläfst du? Wenn ich sogar bei mir, wenn ich mich erlebt, wenn ich singe und fange zu singen, dann komme ich klar! Kann ich nicht singen! Einfach so! Für Spaß! Molle! Du hast eine schöne Stimme! Hey, Ina! Ehrlich, mach was draus! Auch gutes Selbstbewusstsein! Ja! Und richtig! Danke! Danke euch! Ja! Gute Nacht! Gute Nacht! Gute Nacht! Wie warst du auf euch? Auf Arabisch! Ja! Ich kann nicht! Mach mal was Arabisches! Ja! Auf Arabisch! Ich kann nicht Arabisch! Kannst kurdisch? Ja, nur diese weiße Mann! Ja, nur diese Gute Nacht! W cuts! Ich kann auch nicht! Wie war es! Ich kann auch ein Gutes! Nein, die hat nur Lachen im Gesicht. Nur, nur. Ich bin immer so. Egal wie ich bin. Traurig. Glücklich. Ich küsse dann erst mal am Bruder. Muss sein. Roget, ich wollte dir meinen Bruder ehren. Äh, was anderes? Hast du Lust, mich kennst du gerne oder nicht? Sauerheit. Nein, nein. Alle Fragen, die frage ich dich gerade. Ich... Wie soll ich sagen? Guck mal, ab jetzt, was habe ich dich gesehen? Du siehst, gut. Guter Mann. Ohne Spaß. Weißt du, hast du am Anfang angefangen, ein bisschen so... Nein, nein. Aber dann hast du gut... Dankeschön. Ich bin so... Dein Kopf, ich weiß nicht. Mein Kopf ist stabil, mein Herz ist stabil. Ich werde was sagen, immer auf mein Wort halten. Ja. So muss es ein Mann sein, ein Mann, ein... Wie groß bist du? Ein Wort. Wie groß bist du? Ein 65. Gut. Das ist schon gut. Wenn du ein 60 bist, geht nicht. Keine Chance. Weil unsere kleine Kinder werden nicht groß. Weil ich bin ein 1,80 Meter. Inna. 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 Ja? Bei uns sagt man nicht, du bist ein Mann, sondern du bist Ibo. Okay. Ibo, du bist Ibo. Ibo. Weil wenn man an einen Mann denkt, ein richtiger Mann, man denkt an Ibo. Du bist Ibo. Deswegen sagt man, du bist Ibo. Okay. Also. Ibo. Aber sowieso, ich muss wieder so sagen, Ibo, du bist ein Mann. Ein Mann, ein Wort hast du gesagt. Nein, nein. Du bist Ibo. Ibo ist Mann. Wenn man an einen Mann denkt, man denkt an Ibo. Du bist Ibo. Du hast i'na kengilAND. Ibo, ayo, ayo, ayo. Ah 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 ah. Aita, let's irene fishing now. Warte in in Tik North. Warte, wil in Tik tout. Du bist Ibo. Jbw qu på亲. Ah la Ibo. Warte in TikTok, du bist Ibo. Dein 16. Du bist Ibo. Weiter, weiter, weiter. Hat mir gefallen. Max, der nuts. Ach, er kommt noch raus, ja? Aber weit schon, ja, der weiß schon. Wenn die singt, dann muss ich weinen, ja. Aber du bist ein richtiger Ibu, ja. Ibu bist ein Lamm. Warte, ich meine schöne Musik, aber muss ein bisschen überlegen. Langsam, langsam, lang die Zeit. Die Ibu, das ist mir die Zeit. Ja. Kein Problem. Wallah, ich habe Ibu schon lange nicht mehr so glücklich auf TikTok gesehen. Sag mal, wenn ich reinkomme, immer beller, immer beller. Aber heute Ibu ist am Lachen. Ist Ibu jeden Tag hier auf TikTok, oder was? Jeden Tag, oder was? Jeden Tag. Und? Heute hast du Ina zum ersten Mal gesehen. Heute Abend war große Bella. Hast du nicht gehört, Nabil? Nein, Alhamdulillah, ich will nichts mit Bella zu tun haben. Ich habe dir auch Spaß gesagt. Ich lasse ganze Rapper auf. Aber Ibu, du musst Nabil Danke sagen, weil wegen Nabil hast du mich gesehen. Nabil ist mein Bruder. Heute hat er mich glücklich gemacht. Ja. Wenn Ibu glücklich ist, wir sind alle glücklich. Weil Ibu ist für alle da. In der Ernst. Wallah. Wallah, egal was du was sagst, Nabil, wer was gegen dich hat, hat gegen mich. Wallah. Sei, Mann, das habe ich gefreut, dich in meinem Leben zu haben. Das steht auch, mein Bruder. Habibi Ibu. Du hast eine nur, haben viele Leute nicht. So wie du, mein Bruder. Du hast auch eine nur. Du bist mit Respekt und Verstand. Ich habe letztes Mal auch gesagt, Wallah, ich werde deinen Vater, deine Mutter dich alle kennenlernen. Und ich werde beantworten, dass du so ein Mensch, das liegt an deiner Mutter und Vater. Wallah, die haben die. Das ist eine Art und Weise, die ich hier schaffen. Komm nicht von jedem. Komm nicht von jedem. Komm mal, du sagst Dreck. Bruder, lass mal, der ist nicht hier dabei, über die Menschen zu reden. Hey, guten Morgen. Mein Herz. Hi. Die ist ein Löwe, ja. Hallo, Nabil. Hallo. Abisa, was geht ab? Nabil, guck mal. Nichts bei euch? Ach, die will mich heiraten. Was will die? Die will mich heiraten. Wer? Die. Wer? Ich muss mein Handy laden, bevor es ausgeht. Ey, Ibu, wenn du so viele Dings machst, kriegst du deinen Mund nicht auf. Ich verstehe. Oh, was Dings? Was, was, Ibu? Was Dings? Ich habe gerade was gesagt. Ich will die heiraten. Die liebt mich, ich liebe sie. Was sagst du dazu? Wer? Ina? Ja. Ja, oder ich. Wer sonst? Also, du willst Ina heiraten? Ey, geht's dir gut? Trink mal, trink mal, trink mal einen Kaffee oder ein bisschen Wein. Guck mal. Oh, Liebe. Das ist mein Traummann, der ist, äh, 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 sieh mir nicht. Tier du, mit Tier, mit Tier, mit Tier, mit Tier, mit Tier, mit Tier. Aber ich bin nicht auf Deutsch oder bin ich zu besoffen? Nein, hat Ibu gut gesagt. Erstmal trinken wir einen Kaffee. Wo ist auch mein Kaffee? Oh, 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 was passiert hier? Was passiert hier? Ja, hola, warte mal, geht, geht, geht. Jetzt fangen wir an. Ich weiß, die wird mich niemals geben lassen. Hast du gehört, Adisa? Geh mal einen Kaffee trinken. Mach mal Kaffee für uns, Adisa. Yallah. Warum Kaffee, wenn ich was Stärkeres habe, ja? Was, was, was hast du denn? Ah, ja, guck mal, was wollt ihr sagen? Wir wollen jemanden und am Ende sind wir mit jemand anderem. Ja, was meinst du, warum Ibu mein Traummann ist? Hat Ibu was mit dir gemacht oder was? Oh. Oder Ibu ist nur ein Traummann für dich, einfach so. Wenn er, wenn er mit dir was gemacht hat, dann? Ey, Kurt, Ibu, komm doch mal jetzt hierhin, ja. Ibu, guck mal, die streiten, die streiten sich um dich, die Frau. Nein, was trinkst du, Ina, was trinkst du? Was trinkst du? Wodka, Wasser? No, no, Nein. Oder ist dieses Glas für Aditha? Das ist eine Entscheidung. Ibu. Ja, bitte. Ich bin enttäuscht von dir. Warum? Welche Frau bist du jetzt, Ibu? Beide wollen dich. Ich, äh, ganz ehrlich. Ja. Ich bin einfach, ich hab nichts gesagt. Ich bin enttäuscht. Warum? Wie? Da. du kennst mich seit sechs Monaten, du hast dich nicht einmal mit mir getroffen. Aber diese Mädchen sagt, ich komme morgen zu dir. Das ist korrekt, Abo. Karamein. Ach, komm, die morgen zu dir. Wir gehen morgen ins Studio, Aditha. Welche Studio? Wir gehen Musik machen. Die Ina kann gut singen. Die hat für Ibu sogar einen Song. Er kommt dann, Ibu, dann kommt in Albanien. Er singt für alle, für uns. Ich war in Kosovo. Ja. Ich war in diese, wie heißt du mal, diese Stadt? Prisere. Tirana, Moranisch, Kosovo, Tirana. Ey, Leute, tippen, tappen, poppen, ja, was soll das, ja? Der Ina, der war in Kosovo vor kurzem. Vor zwei Wochen war er in Kosovo. Eine Woche, vor einem Wochen. Der ist doch überall, wo bist du jetzt? Was hast du denn gesagt? Ich war da, ich war eingeladen, ich will einfach nach Bosnien. Okay. Ibu, wen willst du jetzt? Aditha oder Ina? Ich bin Ibu, jetzt nicht mehr. Dankeschön. Ich war Ende, Ende der Zitat. Ihr wird bald was hören. Ihr wird schon kriegen, alle. Bald kommt was Neues, ihr wird schon kriegen. Wallah, ihr wird schon kriegen. Ihr wird alle anfallen. Ibu, was ist alles mit dir? Guck mal, jetzt ist, wie heißt die? Aditha, dann kommen andere, dann kommen andere. Ja, viele. Hast du sie oder was? Guck mal, ich bin auf Baum, so viele Frauen kommen, aber einer nimmt mich von diesem Baum runter. Ja, ist gut. Ist so. Das Zitat ist Ende, ja, Ende, einer von allen kommen zu mir, aber einer wird mich, mein Herz kann, kriegen. Und ab heute, hat keine Menschen, dein Herz genommen? Doch, haben die versucht, aber haben die nicht geschafft. Ah, haben die versucht. aber Aditha, Aditha, manchmal macht sie, und danach hört sie wieder auf. Aber Aditha, ist es kalt bei euch? Ist es das erste Mal, dass du, äh, es ist wirklich kalt, ich habe sogar Heizung an. Das ist klar. Aditha zieht normalerweise schöne Sachen an. sie hat schöne Kleider, schöne Charakter immer. Aber heute ist irgendwie, ja, wie ein 16-Jähriger. Müde, müde. Danke Leute. Ich gehe jetzt schlafen. Niemals. Tschüss, ich gehe jetzt schlafen, du machst mich auch nicht für dich. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. äh, Ina, ciao. Tschüss. Aditha. Sie ist traurig. Oh, die hat mich letztes Mal eingeladen zu Hause, ich bin nicht gegangen. Hä? Stimmt das Aditha? Was? Ey, sag nicht, sag nicht. doch nicht. Was? Alles gut. Alles gut. Sag was? Nabi, alles gut. Wenn Ivo sagt nein, dann nein. Sag doch jetzt. Nein. Ey, traurig. Sag mal. Aber Ivo, ja. denkst du, Falle? Nein. Was? Sag doch mal. Aditha liebt mich. Ich meinte, Aditha hat mich eingeladen, aber ich bin nicht gegangen. Ja, habe ich. Zu dir nach Hause? Ja. Was wolltet ihr machen? Ich wollte dich sehen, einmal kennenlernen. Warum bist du da nicht gegangen? Weil ich Angst hatte, dass sie mich getötet. Weil es hatte der wirklich, ja? Ich schwöre, ich habe den Standort alles geschickt, ne? Wallah. Aber ich habe Angst gehabt, Wallah. Warum? Ich wollte dich wirklich kennenlernen. Weißt du warum, Aditha? Ja. Viele wollen Ivo fallen sehen. Aber ich doch nicht. Ja, aber der weiß nicht. Dann bin ich raus. Ivo ist noch nicht mit mir. Dann bin ich raus. Der hatte voll Paranoia. Ich schicke dem Adress, ich schicke den Live-Standort. Der kommt nicht. Wallah. Wallah. Dies neidisch auf Aditha. Ja, ne? Hm. Was war das? Warum bist du nicht gekommen, Ivo? Ja, du hast doch die ganze Zeit gesagt, ja, ich komme, ich komme, ich komme. Ja, Wallah. Wallah, du hast recht. Ina, warum bist du raus? Ina? Ja? Warum bist du rausgegangen? Ja, weil Ivo ist noch nicht mit mir. Er hat immer noch Zeit. Er kann, wo er will gehen. Also Ivo, keine Sorge. Ja, das war wirklich Dings. Ich weiß nicht, was du dir für Filme geschoben hast. Aber, äh. Ich denke an mich. Ich denke nicht für andere. Weißt du, wenn, ich habe auch Ivo gesagt, aber Liebe ist Überraschung. Wenn er hat eine Frau, dass er es in Kennenlernen zeigt oder keine Ahnung, dann lass mich einfach in Ruhe. Oh. Also Ivo. Ich möchte nicht verletzen. Aber warum sagst du sowas, Ivo, jetzt? Ivo, die sagt, geh, mach viel Tschakalaka und dann komm zurück. Mach so. Aber Ivo, warum sagst du sowas jetzt? Guck mal, er sagt zu mir, ja, ich möchte was essen und so und jetzt Tschakalaka. Was, bei uns? Nein, nicht bei Nina. Nein, nein, du hast falsch verstanden. Ich habe gesagt, Ivo soll machen bei anderen und dann zu dir zurückkommen. Wie, wie? Der soll machen. Der soll gehen machen. Nein. Darf er nicht. Okay, ich habe eure Frage beantwortet. Ich gehe wieder raus, ja? Okay, Adissa, frag. Und? Nein, ich meine, ich habe beantwortet. Ich gehe wieder raus. Ach so, wohin? Ich darf nicht. Ich will nicht schlafen, die. Na, was noch schlafen? Nein, hier, vier Minuten noch. Vier Minuten. Ivo, wen willst du jetzt? Adissa oder Ina? Ivo hat Paranoia von mir. Wallah, ich habe Angst vor mir, Adissa. Adissa schneidet manchmal was ab. Deswegen traue ich mich. Aber was jetzt? Ina oder Adissa, Ivo? Nein, Ivo, ja, übertreib nicht, ja. Wallah, ich habe Angst. Ich habe gesagt, wenn ich gehe, vielleicht nehmt er an. Nehmt Walter und dann, tack. Nee, du hast gesagt die ganze Zeit, ja, ich bin in Köln, äh, ach, darf ich wirklich finden diesen. Und das habe ich gesagt, ey, Ivo, wir sind doch Freunde. Komm doch, Dings. Aber wirklich wegen, weil, ich keine Ahnung, was der sich für Dings denkt. Ivo. Ja. Ja. Wen jetzt? Ina oder Adissa? Trinkt Chai. Guck mal, er hat mich gehört. Wallah, ich habe ihm gesagt, mag Chai, er hat sofort gemacht. Siehst du? Masha Allah. Aber willst du deinem Bruder antworten, oder? Ich werde niemals auf eine Frau hören. Ich trinke immer noch Vitamin-Betaft. Ich höre nicht auf Frauen. Zitat Ende. Die Frau, die Ivo sagt, macht Chai, die ist noch nicht geboren. Wenn ich sterbe, wann ich gestorben bin, dann hat Frau recht gehabt. Aber vorher wäre keine Chance. Nein, 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 nein. Ich würde schlafen gehen, Jau. Ich schwöre, Ivo, ich habe lange nicht mehr dich so lange live gesehen, ohne beleidigen. Stimmt, Wallah. Ehrlich, wow. Stimmt, Wallah. Du beleidigt mich nicht mehr. Nein, Wallah. Du bist eine Beleidigung für dich selber, Adissa. Auf jeden Fall. Ey, Nabi übertreibt mich, Jau. Jo. Das ist das. Weißt du, ich erinnere mich an einen Bollywood. Sieh mal, Sieh mal, was du hier bist. Ey, Leute, ich trau's. Jau, Jau. Adissa, du bist meine Traumfrau und du bleibst auch immer Traumfrau. Ich küß doch dein Herz, ja. Aber Wallah, Adissa hat mich reingeladet. Und inshallah, wenn ich jetzt nach Köln komme, ich komme zu dir, inshallah. Ich weiß, wo du gehst. Ich habe dein Adressstandort. Die Beobachtin jeder Stadt, braucht ihr einen Kopf. Ja, Wallah. Okay, passt auf euch auf. Tschüss. Was du auf die Show? Bruder, Adissa. Wallah, ja. Du warst allerdings weniger. Aber sei mir ehrlich, Ivo, würdest du? Was denn? Adissa? Nein. Wallah, die hat mich geschickt. Und wie hast du gesagt, in meinen Augen, dass du bist meine Traumfrau und ich komme bei dir? Oh. Das ist Comedy, Comedy. Der Ivo macht Comedy auf TikTok. Musst du machen. Sonst kann ich nicht schlafen. Adissa hofft mich 20-mal, nicht 100-mal an und bleibigt mich. Aber der hat nur Augen für dich, Ina. Ja, wenn ich gehe auch raus, dann sage ich auch, ja. Niemals, nein. Guck mal, Ivo hat, guck mal, Ivo hat eine Comedy-Seite. Hab ich. Guck mal, du bist hier. Nimm Adissa jetzt wieder hier und sagst, ich habe Spaß gemacht, du bist nicht meine Traumfrau. Hede. Wie? Sagst du jede Frau, ich bin hier? Sagst du jede Frau, ja, du bist hier. Ich will dir was sagen, Adissa. Adissa. Sag. Du bist nicht meine Traumfrau, du bist meine Hauptfrau. Nein. Könnt ihr mich heute nicht mehr nerven, danke ich nicht. Ich erlauben. Hast du gehört, Ina? Ina, du willst, du willst, dass ich Probleme kriege. Ich habe auch zu weitgefragt. Und diese Frau tötet mich. Ich schwöre dir, die macht Fallen auf mich. Hast du Angst vor Frauen oder was? Ich schwöre dir, ich habe nur Angst vor Frauen, vor Männern habe ich niemals Angst. Ich wollte gerade sagen, Adissa. Ich schwöre dir. Ja, selber schuld. Ich schwöre dir, ich habe niemals vor Männlichkeit Angst. Aber vor Frauen ist nicht normal. Und da hast du schon verdient. Ja, selber schuld, wenn du jede Frau, warte mal, was anderes, wenn ich dir fremd gehe, wirst du mir was machen? Nein, nix. Ich geh einfach mein Weg, du dein Weg. Pah, du hast geredet, Witze in Araber. Du hast wie ein Löwen geredet. Kannst du damit klarkommen, wenn ich auf fremd gehe? Ja. Wenn du fremd gehst, ich habe dir gesagt, ich mache nix, ich lasse dich einfach. Du kannst nicht. Weißt du warum? Nein, Ivo, weißt du was, weißt du was, wenn du fremd gehst, hast du mehr verloren als sie. Weil du hast einen tollen Menschen verloren. Verstehst du auch schon? Deswegen geht ihr ihr Weg. Kürzüber verliert, niemals vertraut mich. Nabeel, ist da denn da. Weißt du warum? Wenn du hast einen Traum. Der Mensch mit mir lebt, egal was ich mache, egal was ich tue, der wird niemals mich verlassen. Niemals. Das ist fremd gehen, betrügen. Du kannst alles machen, kein Problem, wenn du so gute Sachen magst und dann machst du einen kleinen Fehler, dann das ist kein Problem. Aber wenn du magst so gute Sachen und du hast alles von mir zum Beispiel und du gehst mit einer anderen Frau, wer bist du denn? Wer bist du? Aber Ina, Ina, Ibo macht keine schlechten Sachen. Ibo macht nur gute Sachen. Ja. Deswegen sagt man bei uns, du bist ein Ibo, also du bist Ibo. Weil Ibo ist die Definition von Mann. Einer sagt Nabil ist auch stabil. Dann nicht fickt diesen Nabil. Nein, sowas gibt nicht. Sowas gibt nicht. Ja, fremd gehen. Oder betrügen. Aber was anderes, wenn Allah mir was gegeben hat, was andere Männer nicht haben, willst du trotzdem nur sein? Wie? Weil ich ein bisschen langsam nie so wie Papa Gott. Ich hab nicht gehört, Ibo, also wenn was? Ich hab Allah, was er mir gegeben hat und zehn Männer nicht gegeben hat, willst du trotzdem mich verlassen? Was gehört Ina? Was Gott ihm gegeben hat? Ja. Männlichkeit. Die Männlichkeit haben zehn Männer nicht. Okay. Willst du ihn trotzdem verlassen? Also das, was zehn Männer, die nicht geben können, das gibt dir ein Kurt Ibo. Und trotzdem willst du ihn verlassen? Ich hab ihm gesagt, ich verlasse Ibo, wo nicht, aber wenn er fremd geht, mit anderen Frauen, das ich verziehe niemals. Ich mach nichts. Aber selbst wenn ein Ibo fremd geht, geht er nicht fremd. Weil Ibo ist für alle da. Mehr. Für alle, okay. Tag mehr, was du weißt, was heißt. für Familien, aber für Frauen. Ich bringe dir das bei, mach dich in den Kopf, alles gut. Ey, viel zu schwer hast, Ibo. Ibo kann alles für dich sein, wie Bruder, für Familie. Verstehst du das nicht? Guck mal, Nabil, erklär mal nochmal. Ich hab dir gesagt, ich bin wie ein zehn Mann. Du bist mehr als zehn Mann. Das, was zehn Männer nicht haben, das hat Ibo, in einer Person. Deswegen sagt man bei uns, die Definition von Mann ist Ibo. Okay, hab ich verstanden. Ich hab von 14 Frauen Milch getrunken. Meine Männlichkeit ist ganz anders als normaler Mann. Was gehört Ina? 14 Frauen, wo er klein war, haben ihm Milch gegeben. Ich weiß nicht, was hat er... Prima verkeh ich dir. Er hat jeden Tag eine andere Milch. Meine Kräfte sind ganz anders. Zeig mal deinen Finger, Ibo, damit die sieht. Damit ich muss, ich muss weiß, welche Masse hat er, für Link oder was? Guck diese Finger. Morgen, der schlägt mit Hammer drauf. Ja. Ibo, du bist müde, Bruder. Ja, du mal. Langsam. Schlafen? Oder soll ich mein Zuschauer... Ich hab keine Angst. Ich sag, meine Zuschauer sollen bei euch kommen, ja? Alter, ich geh auch schlafen. Pass auf, tue ich auf. Ich geh auch schlafen. Ich gute Nacht. Bis morgen. Ibo, Salam Aleikum, Bruder. Ciao, gute Nacht. Nach zweieinhalb Stunden. Nach zweieinhalb Stunden war ich für euch da. Reicht das nicht? Also dafür, dass ich so contentlos bin, war richtig korrekt. Siehst du, Fitnat TV? Ich hoffe, ihr habt echt Spaß mit mir gehabt. Du machst gute Unterhaltung. Vielen, vielen Dank, weil ich auf jeden Fall zu schätzen. Meh, entspannt euch doch mal. Soll ich öfter live kommen, so? Habt ihr Bock? Ich weiß nicht. Ich glaub echt, heute hat es Spaß gemacht. Zwar so, ohne Fitna, man hat lachen können. Versteht ihr was? Ich mein so, diese, dieses Beleidigen und so, ich hab da gar keinen Bock drauf, ehrlich. Wer war der Bril jetzt? Adria, Adriano. Adriano, Dankeschön. So besser. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr habt gelacht. Ich hab auf jeden Fall viel zu lachen gehabt. Deswegen bin ich gerne auf der Plattform. Deswegen komme ich gerne mit euch live, weil ich gerne auch mit euch lache. Ich feiere das selber natürlich so abseits. Aber wenn ich drinnen bin, dann versuche ich auch mit für Unterhaltung zu sorgen. Die Haare werden, ich weiß nicht. Jeder, der was anderes sagt, der hat keine Ahnung. Das sind noch Frischfreunde. Das ist drei Monate her. Wir Albaner lieben dich, mein Bruder. Ich liebe euch auch. Sehr schönes Volk. Wird langsam. Komm, Afterlife. Mache ich sehr gerne. Deswegen, ich küsse eure Herzen. Nur Liebe vor euch. Ich versuche echt, so wenig Leute wie möglich bei mir zu stürmen oder zu blockieren. Aber sobald es respektlos wird und man die ganze Zeit spammt, dann fühle ich mich verpflichtet. Deswegen macht alle das Plus weg, die noch das Plus noch nicht weggemacht haben. Ich küsse eure Herzen. Ich hoffe, ihr habt echt Spaß gehabt. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. und vielleicht komme ich die Tage ein bisschen öfter live. Für eure Augen, für diesen Party komme ich vielleicht öfter live. Passt auf euch drauf. Ciao zusammen. wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.